Musik Spiel, Satz und Sieg Während sich in Rom gerade die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler die Ehre geben, finden hierzulande die Mannschaftsmeisterschaft der Jugend im Bereich U18 statt. Und die Mädels zeigten auch im jungen Alter schon viel Wille und Stärke. Es ist halt etwas sehr Besonderes, weil das ganze Team auf dem Platz steht. Die Betreuer dürfen auf den Platz, man darf coachen. Das ist ein großer Unterschied und das pusht und die Zuschauer gehen mit. Die Gastgeberinnen vom SC Charlottenburg empfingen die Mädels vom Tennisclub Blau-Weiß. Gespielt wurden sechs Partien, vier einzeln und zwei doppeln. Anouk von Riesen vom SCC siegte über Lina Schüttler von Blau-Weiß. Michelle Aranczewska konnte den ersten Punkt für ihr Team sammeln und somit ausgleichen, indem sie gegen Ona Kinscher gewann. Mit ihrem Sieg über Stella Kertzberg sicherte Corinna Riemann im SCC wieder die Führung. Doch alle Augen lagen an diesem Sonntag auf der Begegnung von Julia zu, die gegen die ebenfalls an Nummer 1 gelistete Sophie Kreiner antrat. Beide sind seit mehreren Jahren ganz vorne dabei und konnten im Damenbereich schon einige Erfolge einfahren. Ein Duell auf Augenhöhe also. Ich wollte einfach locker aufspielen, keinen Druck machen, also mir selbst keinen Druck machen. Und ja, gutes Tennis-Spiel. Ein hart umkämpfter erster Satz konnte erst mit 7 zu 5 im Tiebreak entschieden werden. Danach fiel der 15-Jährigen zu, das Spiel deutlich leichter und sie konnte locker zum Matchgewinn aufschlagen. Letztlich besiegte sie ihre Kontrahenten mit 7 zu 6 und 6 zu 2. Sie hat eine druckvolle Vorhand, einen guten Aufschlag und sie bewegt sich auch gut. Es war manchmal so glücklich für mich, weil sie den Fehler dann am Ende gemacht hat. Mit einem Zwischenstand von 3 zu 1 für die Gastgeberinnen nach den Einzelmatches ging es nun in die Doppel. Hier bezwangen Julia zu und Ona Kinscher, Sophie Greiner und Stella Kertzberg in zwei Sätzen und auch ihre Teamkolleginnen Corinna Riedmann und Anu von Riesen siegten in zwei Sätzen gegen die Doppelpaarung Michelle Alanceska und Lina Schüttler. Am Ende also mit 5 zu 1 eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Ich bin heute sehr zufrieden. Anfangs dachte ich eigentlich, dass wir der Außenseiter sind, weil eine unserer Spitzenspielerinnen sich den Knöchel gebrochen hatte. Aber das haben die Mädels heute super gemacht. Das war von vorne bis hinten wirklich eine perfekte Leistung heute. Ich bin sehr zufrieden. Für die Spielerinnen des SCC geht ein erfolgreiches Wochenende zu Ende. Schon heute haben sie viel Potenzial und Kampfgeist bewiesen und es wird nicht mehr lange dauern, bis auch sie sich mit den Besten der Tenniswelt messen werden.